Hallo und herzlich willkommen im kostenlosen Kräutereinsteigerkurs. Hier erhältst du in elf Modulen elf verschiedene Kräuter. In ihrer Detailansicht, du erfährst ihre Eigenschaften, du erfährst ihre Wirksamkeit und ich gebe dir Impulse, wie du diese Kräuter in deinem Leben anwenden kannst. Außerdem schauen wir uns in jedem Modul gemeinsam die Checks im Selbsttest an und du kannst am Ende des Kurses deinen Wissensschatz aller elf Module in einem Quiz überprüfen. Sehr, sehr spannend, sehr, sehr interessant. Und somit hast du auch schon den Startschuss erhalten auf deiner Reise mit den Kräutern von Mutter Erde. Na dann, bleib mit mir dran und schon bald wirst du sogar deine Familie begeistern können von deinem Heilpflanzenwissensschatz. Untertitelung des ZDF für funk, 2017